Darf so weitergehen wie beim Auftakt, oder? Ja, mit den drei Punkten haben sie Ruhe reingebracht, ordentlich Selbstvertrauen getankt. Und jetzt sind wir mal auf den Auftritt heute gespannt. Die Portugiesen haben Anstoß in diesem ersten Spielabschnitt. Portugal geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Ramos kann hier klären. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Sergio Ramos spielt neben Rafael Varane in der Abwehr. Eden Hazard steht mit Lukas. Jetzt ist er auf und davon, macht er das Tor. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Portugal hat sie, die Führung. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Hazard am kurzen Pfosten. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und Marcel. Ist es das jetzt? Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Ah, er kann klären. Joao Felix. Schöner Pass. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Real Madrid mit dem Ballverlust. Bruno Fernandes. Gefährlich. Schönes Zuspiel hier. Tor für Portugal. Den nimmt er direkt und mit Wucht rein damit. Ein super Abschuss. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Joao Felix. Hazard. Hazard. Zurück auf Marcelo. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Und die Flanke. Eden Hazard. Super gehalten. Aus dieser Entfernung toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ballverlust Real Madrid. Schönes Zuspiel. Gonzalo Guedes fängt diesen Ball ab. Da haben die Portugiesen Platz. Guerrero. Gonzalo Guedes. Da ist das Tor. Er mag tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Super dieses Zuspiel. Bale. Da war mehr drin. Es gibt Absturz. Bale. Hazard. Hazard. Da geht er. Hazard. Was ne Chance. Latte. Das frühe stören jetzt. Alu-Treffer. Diese schöne Aktion. Hätte ein Tor verdient gehabt. Es fehlen Zentimeter. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Schöner Pass vom Nzema. Spielt den Ball in den freien Raum. Joao Moutinho. Klasse Pass. Ganz gefährlich. Tor durch Bernardo. Er ist einfach ein überragender Spieler. Und hier hat man es wieder gesehen. Und hier hat man es wieder here. Dieiya. Untertitelung des ZDF, 2020